Hm, gut. Jedes Wort, das der Gegner herübersendet, ist selbstverständlich verlogen und dazu bestimmt, dem deutschen Wolke Schaden zuzufügen. Ja, das ist ein bisschen, das könnte auch heutzutage gesagt werden von ein paar politischen Parteien, würde ich sagen. Ähm, aber ich sag trotzdem, das ist von, von, also das ist von, ja. Ich glaub, das war während der Nazizeit, während 33 bis 45. Und was glaubst du, warum? Das hört sich so richtig so Nazizitat an irgendwie, muss ich wirklich sagen. Also, mit Gegner und deutschem Volke war ja auch immer so die Sache, so das deutsche Volk soll über allem sein und so. Früher? Ja, ich würde auch früher sagen. Und warum? Weil, ähm, ich denke, dass heute, dass man es eher nicht so direkt sagt, auch wenn man es so meint. Also, ich bin auch deine Meinung. Ja? Also, früher. Früher. Alles klar. Und zwar. Trbor. Ja? Aber ich denke, das ist gar nicht schön. Ich denke, ich glaube, ich denke, ich bin sehr schnell zu dir. Ja? Ich denke, ich denke, ich denke, ich persönlich ist das. Vielen Dank.